Willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch So, wir sind jetzt in der Verteidigungsposition Ich bin gespannt Im Grad hatten alle, also wirklich komplett alle außer ich in der Auswahl des Helden den Scharfschütz genommen War definitiv sehr witzig Weiß ich warum er ihn jetzt da genommen hat, weiß ich nicht Keine Ahnung Ich stelle mich jetzt generell erstmal an dieser Position hier Denn das scheint mir für mich Loh Hu 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 Brudi Ach guck, die sieht jetzt einer von Ach, die wird und kämpft schon Ich hab den Punkt Oh Shit Hab ich so wenig Leben, oder? Ich hab einmal angehütet Was? Oh Gott Ich hab den Punkt Ach, die Wenn wir da nicht hinkommen, können wir den auch nicht sichern, ne? Wie ist es leider so Wow Halten Sie die Pracht auf Oh Oh Alter, mit dem treff ich ja nix Oh Ho 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 Oh 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 sagt er ist aber noch auf ihn so wo ist das ding da mir kann sich niemand verstecken immer hierüber hat er vorgebracht ich kann mich da ja leider überhaupt nicht aus einer ist noch drinnen von hier oben können wir wahrscheinlich rauf scheißaffe ich habe auch bekommen Jawohl. Nicht schlecht. Das sah mir schon richtig gut aus. Nee, noch nicht. Da steht ja auf, einfach rum. Hau es so rein. Schon jemand drinnen wieder? Nö. Keine Ahnung. Da standen. Dort ist sogar Tracer. Was ist denn da ein schönes Fahrzeug? Genau da waren wir. Alter, was hab ich denn erwartet? Oh, was? Ja gut, wir spielen jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5 gegen 6. 6 Leute, ne? Mann, ist klar. Ah, oh Gott. Niederlage. Yeah. Schon wieder mal. Genau. Die Stunde hat geschlagen. Okay. Das war ziemlich simpel. Zolo Kill 7. Yeah, als Scharfschütze. Uhuhu. Episch. Ich treffe immerhin Schwarze. Schön für dich. Ich bedanke mich trotzdem wieder fürs zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.